Willkommen bei Michaels Welt. Heute der kleine Ornithologe oder wie wir auch sonst sagen der Vogelkundler. Wir fangen mit einem Suchbild an. Gefunden unten rechts, ich glaube das war ein Rotkehlchen. Dieser Blick den Sie jetzt sehen ist genau der Blick den ich habe wenn ich schön gemütlich in meinem Fernsehsessel sitze. Manchmal allerdings kommen auch etwas ungebetene Gäste. Die Ratten der Lüfte.